Den Gondon exult sie ja auch. Ich bin in die Halle zurückgekehrt, um dich zu holen. Willkommen zurück Leute zu der neuen Folge Diablo 4, zu einem Charakterbild vom Totenbeschwörer und einem der mir besonders gut gefällt. Ich habe hier ein Leichenexplosionsbild gemacht, Kadaver-Explosion und jetzt wir schauen mal kurz rein, was ich da alles geskillt habe. Ich muss natürlich auch wieder ein paar Defizite da lassen, da wir nur 26 Punkte haben. So, also wir gehen hier auf Zersetzen. Zersetzen hinterlässt schon von Standard aus alle 2,5 Sekunden eine nutzbare Leiche, was schon sehr, sehr cool ist. Dann haben wir hier mehr Essenz, die wir bekommen und hier nochmal eine Verlangsamung der Gegner um 30 Prozent, was auch super cool ist. Dann haben wir die Blutwoge, wo wir uns einfach in Massen von Gegnern reinstellen können und direkt alles vernichten können. Die macht natürlich auch super Sinn. Und hier heilen wir uns natürlich auch um 2,5 Prozent unseres Maximallebens, wenn wir den Gegnern Blut entziehen und am Ende nochmal die paranormale Blutwoge. Wenn ein Gegner von der Nova getroffen wird, während wir gesund sind, erhalten wir einen Stapel erdrückendes Blut. Und wenn wir 5 Stapel haben, dann überwältigt unsere nächste Blutwoge. Und da ist unten überwältigen verursacht. Bonusschaden basierend auf der Summe eures aktuellen Lebens und eures gestählerten Lebens. So, dann haben wir zweimal geschundenes Fleisch. Wir haben eine Chance von 8 Prozent, dass an dem Ziel eine Leiche entsteht. Und bei Bossen haben wir sogar eine doppelte Chance. Hier hätte ich gerne noch einen Punkt mehr mit drin gehabt, aber das habe ich irgendwie nicht hingekriegt in der Skillung. Dann hier drunter natürlich die Leichenexplosion, auf die der ganze Bild aufbaut. Voll ausgemaxt. Hier mit mehr Explosionsradius. Und hier am Ende noch die Leichenexplosion verfügt. Verlangsamten, betäubten oder verwundeten Gegnern 10 Prozent mehr Schaden zu. Erinnert ihr euch? Wir haben hier am Anfang das hier geskillt. Verlangsamte Gegner. Das ist natürlich super cool mit dem hier. Verlangsamten, betäubten oder verwundeten Gegnern nochmal mehr Schaden. Und die Schadensboni sind stapelbar. Dann ein Punkt hier rein in die Bluternte. Was nicht ganz so wichtig ist. Das heißt, der Verbrauch einer Leiche erzeugt drei Essenz. Ist natürlich okay. Könnt immer noch mehr rein skillen. Aber wichtig ist das hier. Ihr verursacht nach dem Verbrauch einer Leiche 12 Prozent mehr Schaden für vier Sekunden. Das heißt, wir lassen eine Leiche explodieren für 656 Schaden. Dann kommen nochmal 12 Prozent Schaden obendrauf. Das heißt, wir kriegen hier nochmal grob 160, 170 Schaden obendrauf. Das heißt, das ist richtig gut. Hier habe ich nichts geskillt bei den Fluchfertigkeiten. Hier habe ich auch nichts geskillt. Leichenranken habe ich irgendwie zwei durch Equipment-Teile. Und ganz am Ende habe ich einfach nochmal die Ulti geskillt. Da die Armee der Toten muss man nicht machen. Fand ich aber ganz cool. Dadurch, dass wir manchmal vielleicht bei einem Boss landen. Und der killt uns einfach unsere Skelette weg. Und wenn wir die Ulti zünden, haben wir die hier voll ausgebaut. Mit oberster Armee der Toten und überlegender Armee der Toten. Und hier Armee der Toten erweckt auch eure Skelettkrieger und Skelett-Magie jetzt. Das ist gut. Da, wenn wir wirklich mal in die Bordulie geraten, haben wir direkt wieder die komplette Armee da, mit der wir rumlaufen. So. Dann können wir das Ganze noch ein bisschen ausbauen. Wir haben hier bei Golem natürlich auch die erste Fähigkeit. Jedes Mal, wenn euer Knochen-Golem bis zu 20 Prozent seines maximalen Lebens an Schaden erleidet, wirft auch eher eine Leiche ab. Dann haben wir bei Skelett-Magie, habe ich die Kältemagie genommen. Und hier habe ich den ersten Punkt. Man kann hier den zweiten Punkt nehmen. Ich weiß es nicht genau, weil es halt verwundbar macht und noch ein bisschen stackt mit unseren Fähigkeiten. Ich bin aber eher dafür hier, dass wir zwei Essenz erhalten, wenn die Schaden machen. Und bei unseren Skelettkriegern haben wir natürlich den Schnitter. Und hier auch Schnitter verfügen über eine Chance von 15 Prozent, das Fleisch von den Knochen ihrer Gegner zu schälen. Und da können wir auch noch eine Leiche entstehen lassen. So. Was haben wir an Equipment dabei? Nichts Besonderes. Wir haben hier euer Maximum an Skelettkriegern um zwei erhöht. Ist natürlich cool. Stärkt unsere Armee. Hier ganz normale gelbe Gegenstände. Da habe ich nichts Besseres, Großartiges gefunden. Oh, da kam gerade einer raus. So. Hier haben wir bei vollem Leben verleihen Blutkugeln 18 Essenz. Dann haben wir hier Blutwelle, die wir auch nicht nutzen. Und hier einfach nochmal Vigos schützendes Amulett. Das uns, wenn wir gesund sind, hier, oder wenn wir nicht gesund sind, hier die Immunität mit der Blase gibt. So, dann gehen wir mal in den Materwald und dann gehen wir mal die Skillung ausprobieren. Dass ich euch mal zeigen kann, was wir hier machen können. So. Hier sind die ersten Gegner. Solange nicht mehr Gegner kommen, können wir einfach hier die Blutwoge nehmen. So, hier kommen schon die Leichen. Im Prinzip brauchen wir nur Leichen und schon können wir loslegen. Ihr seht, die kippen einfach so um, die Gegner. Da ist schon die erste Leiche. Und meistens reicht eine Leiche, um mit unserem Leichenexplosionsspektakel anzufangen. So, wir müssen die Banditenwächter suchen. Da ist die erste Leiche. Oh, er hat uns verflucht. Wow. Das hat uns auch nicht Schaden zugefügt. Wow. Zwei müssen wir noch finden. Hier haben wir schon wieder dieses Ding gefunden. Und ich weiß immer nicht, wohin damit. Sondern das zweite Mal jetzt, dass ich das auf dem Rücken hab. Achso. Dafür war das da. Oh, wir haben hier einen Boss. Oh. So, hier kommen wir noch nicht durch. Müssen wir hier zurück. Und warum auch immer, der Totenbeschwörer kann hier zweimal in drinnen klicken. Da ist die Leiche. Und wir haben hier überhaupt keine Probleme. Oh. 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 So. Sobald die Leichen da sind, machen wir massiven Schaden. Oh. 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 Vor diesen Wellen müssen wir uns in Acht nehmen. Die machen schon viel Schaden. Und einer nach dem anderen explodiert einfach. So, wo müssen wir hin? Achso. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Waren das nicht drei, die wir killen mussten? Wir haben schon alle. Dann gehen wir mal durch. So fix alles gekillt, dass ich gar nicht mehr mitbekommen habe. Dann, dass wir schon alles komplett haben. So. Da sind schon die ersten Leichen. Keine Probleme hier. Skelettkonstruktion müssen wir hier suchen. So, den Schnitter. Haben wir irgendwas gefunden, was uns weiterbringt? Nicht wirklich. Berechtige Truhe. Nicht wirklich was Interessantes drinne. Sobald eine Leiche da ist, haben die Gegner keine Sonne mehr. Da ist uns eine Leiche. Nein, das ist unand. Sobald eine Leiche. Sobald. Das ist das nicht die Verzügel. Sobald diese Leicheavam Kitschern. Sobald hat's zugange. Ich glaube unsere Skelette haben schon wieder Einzelarbeit geleistet. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass wir eins zerstört haben. So, dann hier lang. Ich brauche Zeit, um das zu tun. So, dann noch eins. Jetzt wahrscheinlich hier unten. Zwischendurch können wir doch mal unsere Armee der Toten holen. Wenn wir hier mal ein paar mehr Gegner sehen. Die haben wir noch gar nicht eingesetzt. So, hier. Armee der Toten. So, Portal abgeschlossen. Ah, ich habe vergessen. Hier gibt es gar keinen Endgegner so wirklich. Das ist natürlich ärgerlich. Okay. Wir gehen mal raus. Dungeon verlassen. Ich muss mal gerade gucken, ob wir irgendwo... Ähm... Eigentlich hätte ich gerne einen Endgegner. Die Lichtwacht vielleicht. Gehen wir nochmal schnell oben rein. Ich hätte das gerne nochmal an einem Endgegner gezeigt. Von so einem Dungeon. Ich denke, da können wir auf jeden Fall hier mal schnell durch den Dungeon durchlaufen. Wobei... Ähm... Moment. Wir können auch... Befreiung... Den Friedhof. Wir können auch hier auf den Friedhof nochmal gehen. Überreste. Vielleicht haben wir hier einen Gegner, der auf uns zukommt. Okay. Das scheint auf jeden Fall relativ schnell zu gehen. So... Da noch einer. Und hier noch einer. Und... Dann haben wir hier in dem Haus noch einen drinnen. So... Und jetzt müssen wir hier den Gegner in der Mitte besiegen. Und ihr seht schon... Das geht super fix hier. So... Aber trotz allem gehe ich auch nochmal mit der Skillung... Hier rein. Und wir gucken uns nochmal einen richtigen Endgegner an. Mal schauen, ob wir es schaffen, relativ schnell hier durchzukommen. Mal schauen, ob wir es schaffen, relativ schnell hier durchzukommen. So... Die Wachmänner müssen wir töten. Oh. Ich habe gerade gedacht... Server hängt. Aber doch doch nicht. Ich hole einfach mal die Armee der Toten. Wir können ja mit unseren Skeletten relativ schnell durchlaufen. Und... Einfach mal hier vorbei. Wir brauchen ja immer nur eine Leiche. Und... Schon können wir weiter. So, wo bist du? Wachmann. Okay, hier haben wir einen. Oh, ein goldenes Schild. Beim Verbrauchen einer Leiche besteht eine Chance von 25 Prozent, dass ihr eine, seine Blut... Das ist natürlich auch richtig gut. Die Sache ist, was können wir dazu tragen? 429. Das mit der Blutkugel gefällt mir richtig gut. Dann bekommen wir mehr Leben dazu. Probieren wir das doch gerade mal aus. So, wir brauchen noch einen Wachtmeister. Dann gehen wir hier zurück. Der Wachtmeister ist auf der anderen Seite. Aber ich habe das Gefühl, wir machen weniger Schaden als vorher. Da ist eine Kugel. Sehr nice. Okay, Leben ist auf jeden Fall wichtig. Da ist der zweite. Da greifen wir uns das Skeletter an. Sehr schön. So, da haben wir den Schlüssel. Oh, Herausforderung gestartet. So, dann schließen wir das Ganze mal auf. Und schauen wir mal, wo das Kriegszimmer ist. Und hier erscheinen immer mehr Leichen. Weiter geht's. Das ist die Gegner überhaupt kein Problem hier für uns. Autsch. Irgendwie war da reingelaufen. Bis zum Freizeitigung. Das ist die Gegend! Ich bin die Gegend! Ich bin die Gegend! Ich bin die Gegend! Ich bin die Gegend! So, hier runter. Vorsicht. Wir sind immer äußerst vorsichtig. Wo ist denn jetzt das Kriegszimmer? Aber ihr seht ja selbst, wir gehen hier einfach durch, als ob nichts gewesen wäre. Und ich glaube, hier sind wir richtig. So, Kriegszimmer. Und da ist die Rudelmutter. So. Und hier seht ihr schon, wie viele Leichen hier entstehen. So. Und wir zeigen noch mehr... Was hier schon wieder an Leichen liegt. Hier können wir Tränke mitnehmen. Ähm. So, kommen wir hierher. So, und damit haben wir die Rudelmutter auch besiegt. Ja. Das ist also der Bild vom Totenbeschwörer mit der Kadaver-Explosion. Super, super stark. Also, jede Klasse hat irgendwo schon einen richtig starken Bild, den man spielen kann. Da gibt es auf jeden Fall richtig viel. So. Wir reisen mal zurück. Oh. Es wurde abgebrochen. Ja, ich hoffe, euch hat der Bild gefallen. Wir können noch mal ganz kurz durchgehen, wie die Skillung genau war. Wir sind am Anfang ja schon durchgegangen. Also hier einfach zersetzen, verbessertes Zersetzen, Zersetzung des Initianten. Dann hier einmal Blutwurge durchgeskillt. Zwei Punkte hier auf geschundenes Fleisch. Kann man noch drei Punkte reingeben, dann muss man irgendwo anders einsparen. Wenn man vielleicht nicht mit der Ulti spielen will quasi, wenn man nicht hier mitspielen will mit den drei Punkten. Hat man hier noch drei Punkte übrig, da kann man natürlich noch mehr Schaden fahren. Dann kann man im Prinzip, man könnte hier auch noch mal mehr Essenz sich geben. Hier natürlich Leichenexplosionen voll durchgeskillt. Hier kann man auf jeden Fall noch einen Punkt reingeben. Das würde sich wahrscheinlich sogar richtig lohnen. Aber naja, wir können halt nur Level 25 werden in der Beta momentan. Aber ich denke, hier kann man auf jeden Fall auch drauf aufbauen auf diesem Bild wieder. Um dann auch später noch einen richtig coolen Bild draus zu machen mit der Leichenexplosion. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch schon mit Endgame-Potenzial da. Ja, okay, das war's für diese Folge. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde es nicht mehr schaffen, noch ein Video zu machen. Die Beta endet leider jetzt. Aber ich habe ein paar Videos gemacht, die kommen demnächst raus. Wenn das Video draußen ist, ist die Beta wahrscheinlich schon lange vorbei. Aber ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Und ich denke, wir starten dann, sobald Diablo rauskommt natürlich. Für mich wird es wahrscheinlich mit dem Zauberer losgehen, weil es einfach mein Lieblingscharakter ist in Diablo immer. Und ich bin schon super gespannt, wie dann Akt 2, Akt 3, Akt 4, wie die Geschichte weitergeht. Wenn ihr auch so gespannt seid wie ich, hoffe ich, ihr schaltet wieder ein, wenn wir zusammen Diablo 4 durchspielen werden. Ja, wenn euch die Beta auch gefallen hat, meine Videos, lasst gerne ein Abo und ein Like da, ich würde mich freuen. Also macht's gut, Leute. Und wir sehen uns beim Start von Diablo 4 wieder. Und wir sehen uns beim Start von Diablo 4 wieder.